Okay Oh So Wo ist Gareth da? Gareth Nein Gareth Neiiiiiiiin Blut Verdammt Ja, blaues Blut hat er. Ist ja jetzt auch ein Elie. Der Untertitel kam ein bisschen zu früh. Kommt mir so wohl. Wir schaffen Sie hier raus, Garris. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Es sieht nicht gut aus. Nein. So, Gruppenpunkte erhalten, Missionszusammenfassungen, Waffen erhalten. Wir gehen durch durchlesen, Credits haben wir jetzt 30.000 erhalten. Element Zero haben wir auch gehalten, gut. Na ja, gefunden eigentlich hier, aber egal. Und es gab noch mehr. Scheiße, ich hab nicht runtergescrollt. Nein. So, wir können aber Garris noch nicht benutzen. Ihr werdet sch... geht das irgendwie so. Nicht jetzt, später. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garris getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operationen und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist das? Äh, nicht schlimm einsatz. Herr Kunt, Garris. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Nachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Manche Frauen finden Nagen attraktiv. Leider sind die meisten davon Kroganerinnen. Da hat er recht. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garris. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir es mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Hm, mach das mal. So, vier Vorbild, kurzer Cutterpist. So, das sind wir wieder. Musst du kurz was machen. Nicht gucken, wie viel Speicher ich noch habe. Speicher habe ich noch genug. So, ich würde mal sagen, dann gehen wir morden, refutieren. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na, komm, gelesen wir das mal durch. Ungelesen Nachrichten. Nachrichten und Endes. Falls die Gerichte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, möchte, muss ich Sie bitten zu einem Gespräch auf die Serie kommen. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Durch Sie habe ich einen Radsitz und es ist angebracht, dass Sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was Sie gehört haben. Ja, 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 scheiß auf die Wiedenste. Ja, 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 ja. Interessiert niemanden? So. So. Oh, ein Doppel, ja. so wie und das ist eine andere Kleidung da ist eine Rüstung wieder Heil doch übrigens sie können der Romanzanfang und wir fangen die Romanz mit Gareth ab Panzerbrechende Motivation könnten wir gebrauchen oder Agent Waffen, Schaden, Gesundheit ja ich habe zwei Punkte entweder das oder das Agent mehr Damage mehr Leben und Abtrünge ja, am Gewerben würde ich nur sagen so Abtrünge haben wir auch ein bisschen, naja nicht so viel so Er bekommt Severs Agent ja am Gewerben Yorenda bekommt Überlastung am Gewerben so das kann nicht weitergehen lange Quarantäne Warnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solos seine Klinik hat Rechne mit Widerstand in der Transitstation ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet die verschiedenen Söldner Gruppen halten ihn anscheinend für tot und das ist doch mal gut wir könnten uns ein bisschen in den Läden insehen, die es noch hier gibt wenn wir richtig vorgehen, kommen wir dann an unserem Ziel an so äh, wir könnten einen Rabatt ordern ja, komm Hallo jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem Schreck ich kaufe dann sind wir im Geschäft ich muss gehen bitte sehen Sie mal hier ja, diese Gespräche sind unnötig, also brauchen wir uns hier gar nicht anzuhören so, schweres Hauptgewebe Schöpferz-Gerhilfe, plötzlich in Gesundheit, äh waffen-upgrade und munitionskapitalisiert das kaufen wir uns mal, glaube ich äh, ja oder? ne, er ist noch nicht ähm Schiss warte mal wir sind hier da ist Afterlife ja, wir sind richtig, okay gut auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? hören Sie mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren ich werde mein Möglichstes tun das ist wertvoll das sieht interessant aus dadurch können wir länger hacken ähm das kommt auch wieder auf kostet ja nicht viel Hätten wir nur erhalten es gibt hier es gibt nur drei so beschwerden sind sinnlos ich sagte doch, sie sollen verschwinden lady wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne keiner kommt rein ich bin ein Mensch, Sie Idiot Menschen können sich nicht anstecken lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen fast jede Spezies ist davon betroffen wir gehen kein Risiko ein niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist es gibt in den Slums einen Salarianer namens Mordin Solus ich muss rein, um ihn zu finden der Doktor? der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut es heißt, Mordin versucht mit der Seuche fertig zu werden ich wünsche ihm Glück dabei aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt unser Befehl lautet abzuwarten bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben und dann rein zu gehen und sauber zu machen hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird das könnte Wochen dauern das wichtigste ist, dass Sie das Problem schnell lösen und genau da komme ich ins Spiel ich löse Probleme lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen nein, bitte sehr die Quarantäne dient ja eher dazu Infizierte am Ausbrechen zu hindern ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen Moment mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie misst Kerl Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady verziehen Sie sich also echt mal, ich habe einen Granatenwerfer naja, eigentlich Black Storm zum Glück sind Menschen immun gegen die Seuche los gehen wir ja, deswegen habe ich nicht Gareth mitgenommen da er sonst krank führe das wollen wir nicht auch wenn er sagt, dass das Dings da ihm nichts ausmachen würde falls wir ihn hier mit hätten aber wir nehmen ihn trotzdem nicht weiter wir haben gleich noch die Chance Gruppenmitglieder auszuwählen wir haben gleich noch die Chance Gruppenmitglieder auszuwählen und ich glaube noch die Waffen zu wechseln aber alles bleibt so wie es ist nein, nicht du als erstes sie als erstes du als zweiter ah ne, obwohl das überhaupt keinen Unterschied macht aber egal ja, haben wir auch deswegen wechsle ich erstmal den hier auf den Granatenwerfer und die Inkissor auf Mantis nein, zurück die Inkissor ist eigentlich besser, glaube ich die hat 10 Schuss also die andere und die hat 15 ja, ähm aber die andere macht viel, viel, viel mehr Damage aber wir bleiben bei der nicht schießen, sie dürfen rein ja, ich mal ich darf rein, ich darf ich mal rein ich bin Schleppart uahahahahahaha medizinische Station Sandra ist berühmt geworden äh, bisschen äh, verdammt so kurze 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 Abkürzung ja, ich doch das kommt auch hab ich noch nie ausprobiert das die Gruß 1 und die Watcher schießen auf alles was sich bewirbt so die werden ausgeschaltet worden wehren worden blablabla kurz sie haben die Toten wohl einfach auf der Straße liegen lassen brennende Leichen wollen wohl verhindern, dass es die Seuche weiter ausbreitet scheiße aaaaaaah das war aus Versehen ähm mh 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 so die